hier ist affinityjack und heute zeige ich euch wie man diesen lost place zur geltung bringt also ich war hier auf einer geführten lost place tour das ist ein ehemaliger ballsaal von einem inzwischen verfallenen alten hotel und ich zeige mal eine möglichkeit wie man dieses bild ein bisschen nach bearbeiten kann zunächst würde ich das bild ein bisschen gerade ziehen und zwar ich befinde mich ja hier im obergeschoss dadurch habe ich jetzt nicht so doll stürzende linien aber auch hier ist die ausrichtung nicht ganz waagerecht das würde ich jetzt erst mal gerade ziehen dazu ist es hilfreich wenn man sich hilfslinien zieht ich zeige mal wie das geht und zwar muss man das auf ansicht aktiviert haben zum einen hilfslinien einblenden und zum anderen lineale einblenden wenn ihr das gemacht habt dann könnt ihr folgendes machen ihr geht also ihr habt dann jetzt diese lineale dann geht ihr auf diesen pfeil und dann könnt ihr einfach hier runter ziehen von dem lineal beginnend eine hilfslinie auf einer von euch gewünschte stelle also ich nehme einmal als horizontale um dieses decken und da werde ich noch zwei vertikale nehmen wo ich mich an diesen säulen so ein bisschen hier orientiere so nehme ich mal einmal so und einmal so anhand dieser hilfslinien kann ich jetzt das bild ausrichten und zwar gibt es dazu einen live filter perspektive ich mache mal diese an diese schaltfläche beiseite und mache das ganze mal ein bisschen kleiner man sieht die hilfslinien bleiben bestehen und jetzt kann man hier oben einfach anfassen und es sich gerade ziehen anhand dieser hilfslinien also ich ziehe mal waagerecht hier rüber bis diese hilfslinie in etwa senkrecht an dieser säule ist und das gleiche mache ich noch mal auf der anderen seite jetzt gucke ich mir noch mal an es ist nämlich hier nicht ganz waagerecht so dass ich hier ein klein bisschen hoch gehen würde da es ein live filter ist kann man es auch hinterher wieder verändern so das wäre der erste schritt kann jetzt die hilfslinie wieder ganz einfach entfernen indem ich einfach die nehme und raus hier wieder auf zum lineal so nun werde ich versuchen das licht ein bisschen zu harmonisieren und zwar ist der saal ist ja jetzt derzeit nicht beleuchtet es gibt keinen strom in dem haus insofern haben wir eigentlich einen dunklen raum mit doch hellem licht hier oben deswegen haben wir starke unterschiede in der helligkeit ich will das jetzt ein bisschen homogener machen dazu wähle ich diese ebene an und lege einen live filter schatten und licht darauf und da gucke ich schon mal dass ich mir möglichst viel von diesem licht hier wieder zurückhole also es ist sehr kurz es ist am ausbrennen hier die fensterkreuze sieht man kaum noch und das versuche ich jetzt mal ein bisschen wieder zu retten und den schatten hier und auch hier die möchte ich ein bisschen aufhellen und da gucke ich mal bevor es mir zu matt wird gehe ich mal so bis auf diesen wert also hier kann man schon jetzt ein vorher nachher schon mal sehen haben wir schon mal eine basis insgesamt wie gesagt es gab ja kein wirkliches licht ist mir das noch zu dunkel insofern werde ich jetzt die belichtung anpassen ich habe die belichtung ausgerichtet auf die fenster dadurch ist insgesamt ein bisschen unterbelichtet also nehme ich eine anpassungsebene belichtung und gucke mal nach geschmack wie viel licht dieses bild zu vertragen kann ich würde durchaus auf diesen wert gehen so finde ich passt es ganz gut was jetzt nicht passt ist dass ich die lichter die hier gerade gerettet habe jetzt natürlich ausgebrannt sind und das gleiche gilt auch für diesen leuchter insofern werde ich das jetzt raus maskieren dazu nämlich einen pinsel farbe schwarz und werde in diesen bereichen einfach mir das licht wieder zurückholen und es raus maskieren damit ich auch wieder diese maserung von der holz verteflung habe und auf dem kronleuchter definitiv will ich die ganzen kleinen kristalle sehen und maskieren hier mal diese belichtungs anpassung raus gleiche noch hier drüben das bild hat doch einiges einiges an strukturen drin wie zum beispiel abbröckelnde putz und farbe die ganzen kristalle auch die holz verteflung der fußboden mit dem ganzen runtergefallenen putz hat meiner meinung nach schöne struktur die jetzt ein bisschen verstärken will und dazu nehme ich den live filter klarheit klarheit kommt dem hda bereich entgegen und schärft das bild und zieht gleichzeitig kontraste rein dann gucke ich mal welcher wert hier so von dem bild verkraftet wird ich glaube ein ziemlich hoher wert ich gehe jetzt immer richtig hoch ran und finde ja gerade hier in diesem bereich macht es was mit dem bild was mir sehr gut gefällt ja möchte noch weiteren kontrast reinbringen also wähle ich wieder die ebene an und nehme jetzt die anpassungsebene redaktions kurven setzte mir drei punkte und werde jetzt diese punkte ein bisschen verändern also insgesamt möchte ich doch noch die mitten insgesamt den bild eindruck ein klein bisschen aufhellen ja es gefällt mir ganz gut möchte auch die helleren also die nicht ganz helleren töne die helleren töne auch noch ein bisschen aufhellen und gleichzeitig um für den kontrast zu sorgen dunkle töne ein klein bisschen wieder ab dunkeln sagen wir mal so es zu überlegen ob ich hier gleich wieder was raus maskiere damit das hier nicht so ausbrennt ansonsten würde ich sagen hat es damit gewonnen nun ist die decke zweifarbig rot und blau und ich finde die könnte durchaus noch ein bisschen kräftiger sein was sie bei beleuchtung garantiert auch wäre und früher in früheren zeiten garantiert auch war also ich werde jetzt die sättigung dieser farm einfach ein bisschen erhöhen nehmen dazu hsl die gesamte farbpalette und sie jetzt ein bisschen die sättigung hoch dabei achte ich aber nur auf das rot und das blau hier oben ja so gefällt mir das allerdings gefällt mir jetzt nicht mehr der rest daher hier auch rot drin ist ist mir das jetzt alles ein bisschen zu heftig insofern werde ich jetzt diese maske invertieren mit command und ein nehme jetzt einen weißen pinsel und male mir die erhöhte sättigung genau da rein wo ich es haben will nämlich einmal in das rote decken fries und auch in das blaue decken fries eine kleine veränderung die man vielleicht nicht so auf anhieb sieht aber die mir ganz gut gefällt als letzten schritt würde ich noch ein bisschen deutschland bürgen machen und an verschiedenen stellen noch ein bisschen licht und schatten rein bringen also dazu manchmal ein screenshot fange mit dem aufhellen an nehme also das dodge werkzeug nehme hier eine ziemlich hohe deckkraft ein weichen pinsel und lass den tonwert bereich bei den zwischentönen und zwar geht es mir jetzt um folgendes wir haben hier einen lichteinfall durch die fenster der so sich eigentlich fortsetzt und ich finde auf dem vorhang sieht man es nicht ganz so sehr also ich würde das jetzt auf natürliche art und weise auf dem vorhang fortführen diesem lichteinfall so wie es eigentlich tatsächlich auch ist aber auf dem bild gar nicht so zur geltung kommt das gleiche würde ich hier machen hier ein bisschen licht reinbringen wird auch ein bisschen was auf dem fußboden aufhellen man hat die unterschiedliche putzpartikel das finde ich eigentlich ganz interessant gleichzeitig würde ich auch ein bisschen was abdunkeln und zwar damit der kronleuchter noch interessanter wird die licht abgewandte seite würde er so ein bisschen abdunkeln und gleichzeitig würde ich auch hier unten jetzt allerdings mit verringerter deckkraft ein paar bereiche einfach damit es interessanter aussieht abdunkeln welche auch mal vorher nachher so das wäre jetzt eine variante von mir wie man dieses bild diesen lost place den alten ball saal wieder so ein bisschen aufleben lassen kann ciao bis zum nächsten mal euer affinity jack